So, willkommen zurück bei Fallout New Vegas Dead Money, ähm, Anführungszeichen, da wir ja immer noch nicht bei Dead Money angekommen sind, uuuh, hallo ihr zwei, ja, schießt euch nur nieder gegenseitig. Moment, äh, nein, aaaah, Einschussflinte. Haben Sie das gesehen? Ja, sie hat dich angegriffen. Nein. Glücksbringerhalskette. Okay, ähm, Glück für mich, geben Sie mal her. Ha, ha, ha. Hilfe! Hey, bleib stehen. Das ist hoffnungslos. Na, kaum her, hier. Ah, endlich. Ja, ich bin böse, ich bin ganz böse, böse, böse. Und um das Tagebuch. Und, da unten müsste ja noch die Dings liegen, die er ja hier erschossen hat. Ja, hier liegt, äh, 10mm, wunderbar, können wir wieder reparieren. Ein 10mm Patrone und Stammforken, gut. Und, die Jacklin. Gut, können wir wieder reparieren. Zack, zack. Ja, meine voll reparierte 10mm. Wunderbar. Das ist ja herrlich. Gut, wieder speichern. Und, dann gehen wir wieder rein. Nach. Ähm. Nippen, glaube ich. Aha, heute ist mein Glückstag. Ich habe in der Lotterie gewonnen. Jawohl, wer... Oh, ja, geht das Ihnen gut, bla bla bla. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschüss. Ha, ha. Geh mal her, den Lotterieschein. Und die Schachtelzigaretten. Ja, heute ist ein Lotterieschein. Du hast in der Lotterie gewonnen und hast somit deine Freiheit erlangt und überlebt. Bis ich gekommen bin und ich, ja. So, jetzt werden wir mal das schnell machen. Na, komm her, du. Keine Bange. Ja, bla 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 bla. Ja, ich werde tun, was sie verlangen, den Meister. Ähm, gut. Ah, hier muss ich ja noch ein paar Häuser blündern. Ah, hier gibt es ja ein paar schöne Sachen. Ähm, ja, hier müssen wir wieder zu Ghost rück. Das werden wir gleich mal erledigen. Ah, da brauchen wir. Nein, 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 falsch. Karte, Karte. Karte. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Reise nach Mojave Outpost. Jawohl. Ritas Café. Open all night. Gut, denn die Nippen sind ein paar, ah, hier sind die Häusern, sind ein paar schöne, 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 schöne Dinge. Ja, ich bin schon gespannt, wie, ähm, der Mann nicht beginnen wird, ob wir unser Inventar überhaupt behalten. Waren sie schon im Rathaus, Frau? Ach, wurde von der Legion angegriffen. Blablablablablablablablablabla So, haben wir hier einen positiven Ruf erworben Und Aufgabe abgeschlossen, okay Atomic Wrangler, Bar und Casino Find us on Freeman Street Die, enter, die Ähm, gut, dann müssen wir einmal Hier hinein Hallo, du Boxcars Ja, ja, die haben dir deine Beine gebrochen Und ich hab kein MedX Ja, ich will alles für mich behalten Zeit, dass ich gehe Ich hab kaum mal dazu gewonnen Ha, Aufgabe fehlgeschlagen, rausgeworfen Ja, mach ich doch wurscht Aufgabe fehlgeschlagen, Glücksrad Ist doch egal, wen interessiert das? Wir wollen ja nur Dead Marley Ähm, aber hier wollen wir rein Ach, mischt Ja gut, wir haben noch 27 Haarklammern Das soll uns mal nicht stören Wegen der einen Arm Arm, 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 Arm Hier am Boden Ja, hier Zack Und Hatten wir sonst noch hier noch was? Ich weiß gar nicht Ähm Ne, hatten wir Haarklammern Nein Ach, dann Safe, genau Token und Vorkriegsgeld Jawohl Und hier hat man, glaube ich, noch Oh, hatten wir kein Medipack hier Nein, 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 nein Gut, hier gab es nichts mehr Hm, 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 hm Ja, sind wir auch schon fertig hier drin Und gehen noch kurz in die Anderen Häuser Ähm, ja, gehen wir gleich mal rein Ähm, öffnen den Schrank Söldner Feldout Brauchen wir nicht Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe Ähm, bin ich schon gespannt Ob wir unser Inventar Behalten dürfen Oder ob das wie Zum Beispiel Ähm, der Fallout 3 Modifikation Ähm, ich sag immer Modifikation DLC Ähm So, wie beim Mothership Seht da Ob wir hier Die 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 Das Ganze Äh acontecendo Inventar Verlieren Also Ja, bin ich schon gespannt Hm, 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 och, darin Und das ist, glaube ich, das mit den Skorpionen. Ja. Und genau deshalb habe ich hier Ah, Moment, hier speichere ich nochmal. Jupp. Laserschrank. Deaktivieren. Dann. Danke. Dann war hier noch irgendwo eine Mine. Da drin war eine. Ich meine, hier war auch eine. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, da hinten war eine. Gut, ähm. Dann werden wir hier, hier. Mine, Mine, Mine. Mine, 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 Mine. Mine, 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 Mine. Bitte Mine. Dann werden wir mal hier eine hin schön meißen. Und hier. Das gibt mal eine gute Explosion. Dann. Huch. Ja, nimm doch. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Ähm, ja. Kann man jetzt auch schon nichts mehr machen. Äh, ja. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber bin ich aus Versehen hier auf den Auslöser gestiegen, aber wir haben ja die Minen gelegt und ja. Ah, ein verschlossener Schrank. Kaliber 20 Patronen nehmen wir mit. Ähm, Truhe, äh, Truhe leer. Ja, schrecklich. Haben wir nicht. Ach, aber das können wir mitnehmen. Nein, doch nicht. Gut, aber hier haben wir noch. Hm, ja. Gehört mir. Ja, Werkzeugschrank. Erklärung der Lebensessenz. Habe ich bis heute noch nicht kapiert. Egal. Ja, vielleicht weiß ja einer von euch, was das für ein Rezept sein soll. Oder wo man das in welcher Mission verwenden kann. Ich habe keine Ahnung. Nein, kackt mir jetzt die Sau ab. Hallo. Hallo. Nein. Nein. Herr Fluch. Daniel Fahrstハn ist einС. Uff. Neugier. Diese VI.